ich habe vergessen die schwierigkeit wieder hochzustellen ich wollte diese ganze stelle ich weiß nicht ob er das gesehen hat aber mein letzter speicherpunkt war noch bevor wir überhaupt dieses feuergebiet betreten hatten diese ganze stelle wollte ich nicht auf normal wieder spielen weil es mich eine halbe stunde gekostet hätte das habe ich auf leicht um müsste eigentlich irgendwo in der nähe ist das kann nicht mehr als lange dauern tötet wo kommt die denn jetzt auf einmal her wo kommt ihr auf einmal wieder alle her mein hass für euch ist so endlos ich kann es gar nicht in worte fassen dieser drache noch gott wie viele von diesen viechern da rumhängen haben die kein zuhause was habe was habe warum ist es ich sehe überhaupt nichts mehr jetzt sehe ich wieder was ich wollte gerade sagen was ist das ist hoffentlich mal irgendwie das letzte fällt es ist wirklich unglaublich wie ich mich hier zum ende hin wirklich durchquälen muss ganz wichtig speichern das passiert mir nicht noch mal das passiert mir alles nicht noch mal rum du hässliches vieh natürlich geht ihr gerne auf meine zauberer natürlich geht ihr gerne auf zeig dich endlich die lavageister kommen auch noch dazu was macht boriev diese nudel da eigentlich schon wieder was macht merik diese nudel da eigentlich schon wieder von wem wird da überhaupt angegriffen von dem da das erinnert mich gerade hier alles so ein bisschen an diablo 2 vierter akt das sieht tatsächlich irgendwie so ein bisschen aus nur dass die arbeit nur dass die arbeit zwei mich nicht so frustriert hat und ich alleine war und trotzdem gerockt habe das ist genau so ein dumm kopf vor dem herrn wie kann man sich so dahin stellen ja 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 auch ja 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 oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein den muss ich so töten Nein. Gut. Gut. Nicht diesen Schuss machen. Sonst ist Meriko. Hallo. Wird ihr mal mitkämpfen? Eberhardt, komm jetzt her. Magma-Bestie. Die böse Magma-Bestie. Warum kannst du Boreef nicht wiederbeleben? Warum... Mein Herz. Bluthochdruck. Bluthochdruck. Das geht aber auch irgendwie nur bei Spielen, die man mag. Würde ich das Spiel nicht mögen, würde es mich hier überhaupt nicht aufregen, aber... Ach, Gott. So. Ich denke, wir sollten voranschreiten. Diese Drachen müssen sterben. Diese Magma-Bestie ist ja schon etwas bedrohlich. Lava-Horror sind Nahkämpfer, das ist auch gut. Mach doch, du stirbst sowieso. Yeah. Fixer. So, dürften das jetzt langsam mal die letzten Gegner vorkommen gewesen sein. Es könnte tatsächlich soweit sein, meine Freunde. Der Endkampf... ...von Dungeon Siege könnte kurz bevor stehen. Er steht kurz bevor, oder? Bitte! 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 Vierfache Größe. Geschmolzener Drache. Schwarzer Drache! Ich hab nicht getäuscht! Es ist doch noch lange nicht so weit. Nein! Stimmt. Ich erinnere mich an diesen Ort. Und ich dachte, ich bin in der Nähe des Endes. Aber es ist ja doch noch so lang. Mein Gott. Mein Gott, sieht das böse aus. Die armen Seelen. Gepeinigt bis in alle Ewigkeit. Vielleicht finden wir am Ende dieser Treppe endlich Goon. Zumindest würde ich es mir wünschen. Sie schreien alle. Sie wollen gerettet werden. Was soll ich denn machen? Hier ist sowieso nichts Anständiges, oder? Immerhin ein Gesundheitstrank. Darüber sollte man schon froh sein. Warum werden denn jetzt noch neue Gegnertypen eingeführt? Ich meine, das Spiel endet gleich. Ich weiß, das ist doch zu schätzen, Gas-Powered-Games. Aber diese Ressourcen hättet ihr zum Beispiel in einer besseren Spielbalance benutzen können. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr hättet euch auch um die Balance kümmern können. Oder um die Balance. Oder um die Falands. Okay, den roten Drachen mag ich. Das ist noch einer von der schwächeren Sorte. Das sieht so eklig aus. Was treiben die da überhaupt? Die starren mich so an. Das ist wie in Doom 2 damals. Da gab es aber auch diese komischen Glibberwände. Ich kann die Farbe dieser Glibberwände gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall war das wirklich ekelhaft. Drachen! Wo geht man denn jetzt lang? Geht man hier lang? Oder geht man da lang? Eberhardt, du wirst doch nicht um deinen Penis weinen. Eberhardt, irgendwann müssen alle einmal kastriert werden. Wo kommst du? Ich ertrage die Schreie dieser armen Geschöpfe nicht länger. Gumm, was hast du getan? Und immer noch frage ich mich, wieso etwas unter einem Königspalast stehen kann. Das kommt doch nicht von ungefähr. Das muss doch... Irgendwann muss das doch zum Beispiel mal einen Anfang gehabt haben. Das muss ja irgendwer gegraben haben oder so. Das ist ja einfach nicht einfach so da. Normalerweise. Das ist ja einfach nicht mehr.